Ja, aber sagen Sie mir mal eine einfache Aufgabe. Ich glaube, jeder Trainer braucht Erfolg und man setzt sich immer Ziele, die man erreichen will und die sind oft nicht oder sind oft hochgesteckt auch und ja, jede Aufgabe ist schwer. Hier ist es auch schwer, ist klar, weil ein Trainer da war und ein Erfolg vor allem da war und die Fußstapfen sind natürlich da, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass die Mannschaft, die in der Rückrunde erfolgreich war, zum großen Teil hier ist und wir über gezielte Verstärkungen noch besser werden und wir als Mannschaft da agieren werden und da bin ich zuversichtlich, dass das passt. Nein, ist klar, dass mittelfristig natürlich der FC Augsburg in der Bundesliga positioniert werden soll, dass er sich etablieren soll, das werden wir gezielt angehen, ohne da die Wirtschaftlichkeit zu vergessen, aber für das brauchen wir gezielte Verstärkungen, die uns eben Jahr für Jahr besser machen und dann glaube ich schon oder das Ziel ist es einfach, den FC Augsburg fest in der Bundesliga zu verankern. Eine gute defensive Organisation und natürlich versuchen wir dem Zuschauer was zu bieten, dass wir über die schnelle Umschaltbewegung da kreativ sind und eben dynamisch nach vorne spielen. Wichtig wird sein, dass wir erfolgreich sind und als Zugabe attraktiv, das wäre natürlich wunderbar. Wichtig ist, dass der Charakter der gleiche bleibt wie im letzten Jahr, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, dass sie die Jungs unterstützen und dann kann man auch als kleiner, in Anführungsstrichen, kleiner Verein die großen ärgern und das ist unser Ziel. Es geht schon mal erst um den FCA und da freue ich mich auch drauf, aber dann freue ich mich auch mal drauf, eine Woche nach dem Stress der letzten Wochen und Monate dann mal in Urlaub gehen zu können.